Pianzen Die Großbritannien hat dieses Tor aus einem Freistoß nicht anerkannt. Riefe, sehr offensiv, Reschak, Neskent, ich hoffe, dass vielleicht mein Kollege in Wien das an und für sich richtig gesehen hat, dann bitte ich um Entschuldigung, dass ich Ihnen das jetzt nachdenke. Riefe, sehr offensiv, sehr offensiv, sehr offensiv. Und herrlicher Kopfball von Neskent. Spiel im Europapokal der Landesmeister, nur sieben Niederlagen. Neskent. Über seine Knieverletzungen wusste nicht recht, macht es dann nämlich hin. Reisbergen. Anichem. Kostas. Neskent. 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 Riefe. Neskent. Neskent. Verfolgt von Kreuzberg anstelle von De Jung. Neskent. Neskent. Neskent noch vor der Hauptlinie. und Eckball Rotterdam Polsen Nesken Nesken Zunächst hatte schon Juan Carlos eine Chance. Und Nesken aber hat den Ball abgenommen. Lautgelegt wieder für Nesken. Freistoß ausführen. Nesken immer wieder sucht. Weltmeisterschaftsmannschaft gespielt hat. Allerdings nicht zufrieden. Noch 25. Jansen Und da ist die Latte geköpfelt von Greif. Hart Jansen Kopfball Nesken Nesken Football Club Scheidende Faktor des Erfolges von Barcelona. Und das hat auch dieses Spiel. Riffe Nesken T sales Rätsel Kreuz Und abgewinn Klares Nesken Aber abseits Im Stadion von Barcelona, Ende November. Nächsten... Noch fünf Minuten abseits. Endlich lange, bis der Ball freigegeben wird. Und hier bereits das Schlusszeichen eine Minute früher. Sie haben es gesehen, schießt sich der Böhrensatz.